So, willkommen zurück. Nun machen wir die Route. Da hast du halt übrigens einen Dock gerade geschossen. Kurz bevor ich angefangen habe, die Aufnahme wieder aufzunehmen. Ach nee, ich mag die Route überhaupt nicht. Freuen wir das uns antun. Willst ihr was? Es kann zwar nervig werden, aber... Ich werde... Kraft schon zerschneiden verletzen und das hier tun. Nee, komm, das dauert viel zu lange, das lasst es lieber. Hey, geschafft! Du hast mich gefunden. Oder willst du mir ausweiten? Nee, nee, ich wollte schon ganz bewusst gegen mich antreten. Käfersammler. Was ist Eusebis? Wer heißt Eusebis? Kennt ihr jemanden, der Eusebis heißt? Pff, Eusebis. Eusebis. Okay, mein Junge, wie heißt du denn? Eusebis! Hä, was? Eusebis! Hä, nochmal, was? Eusebis! Wie bitte? Eusebis! 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 Ja, den Kader ist der ideale Gegner für Schmerwe, weil den Kader am Bodenproken ist. Und jetzt ist es halbzeit und ich mach nur den Ton aus. Vielleicht ist nichts sehen möchtest, ist gequatscht von den Leuten, die jetzt die erste Hälfte analysieren. Eusebis! 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 Eine container auch noch. Und das Video geht um wheelschock ط um kurzem zu rein... Und ein้ang zublade gegen sie etwa! Eusebis! 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 und Aquaknall jetzt einsetzen. Vielleicht ist Aquaknall stärker als Intensität und nicht einmal annähernd. Mal schauen. Das ist die Hälfte von 76. 38. Das heißt, die letzte Attacke hat 37 abgezogen. Das heißt, wenn Gewall noch einmal eine Wasserattacke einsetzt, hätte Schmerbel noch ein Kappel verdammt, ruckzuckib. Na gut, es ist dauernd. Immerhin hat es nur ruckzuckib eingesetzt. Ne, was hat der viel schlimmer gewesen? Ups, ich hab verloren. Ja, das hast du. Und es gibt mir dein Geld. Da will ich mir weiterreden, der was kaufen kann und weitere Trainer ausschalten kann. Ja, Radax. Radax ist ein zu starker Gegner. Für Schmerbe, da wechsle ich lieber zu Jungloot. Nein, nicht Ninjatom. Oder doch, Ninjatom? Ninjatom? Wollen wir Ninjatom? Ninjatom, komm. Ninjatom ist immer gut. Es regnet ja, es ist ja kein Blizzard oder kein Sandsturm. Regen kann Ninjatom ja nichts anhaben. Aber es wäre ganz cool, wenn der Regen zum Beispiel Feuer-Pokémon schaden würde. Oder Boden-Pokémon. Oder Pokémon halt, die schwach gegen Wasser sind. Das wäre doch auch eine geile Idee. Wäre eine Überlegung wert. Also, falls ein Mitarbeiter von Game Freak es seht, braucht doch mal so einen, dass Regen den Pokémon Schaden zufügt, die schwach gegen Wasser-Pokémon sind. Wäre nur so eine Idee. Auch wenn ich überhaupt nicht glaube, dass einer von Game Freak meine Videos anschaut. Und falls doch, schreibt mir... Nein, ich wollte damit aufhören. Ich wollte damit aufhören. Jetzt fahre ich schon wieder damit an. Okay, äh... Ja, also wir können Ninjatom... Ey, Gerdax ist meine ich locker mit Ninjatom killen. Ich meine, Gerdax hat... Gerdax hat gar keine Möglichkeit in so einem Ninjatom Schaden zuzufügen. Ist auch wieder ein guter Vorteil. Gegen Normal-Pokémon, unser Ninjatom. Bei den meisten Normal-Pokémon ja nur normal... Normale Attacken können. Und normale Attacken funktionieren gegen Ninjatom nicht. Tschüss Gerdax, wer hätte mich auch fangen können und als VM-Slave verwenden können. Aber naja, egal. Wir brauchten schon einen Gerdax. Donner! Lass mich in Ruhe, ich hab dich doch gerade eben besiegt. Also was soll denn der Blödsinn jetzt? Ah, wisst ihr was? Ich kämpfe jetzt ein bisschen mal gegen die wilde Pokémon, um ein wenig zu trainieren. Ich hab ja in letzter Zeit nicht so oft gegen wilde Pokémon gekämpft und das will ich jetzt nachholen. Äh, trockst du hinten, komm her. Ach komm, du verzögerst es, dein Untergang nur heraus. Am 21. Dezember werden wir ja alle sterben. Ich glaube, ich kaufe mir schon mal einen Grabstein. Ich frage mich, wie viele Menschen am 21. Dezember selbst noch begehen, weil dann angeblich die Welt untergehen soll. So Propheten wahrscheinlich. Warum? Ja, stimmt. Sandwürfel war's. Sandwürfel. Und ich mach Pause. Leide, Gerdax, leider. Und jetzt trifft diese nächste Attacke. Auch wenn jetzt zweimal in Sandwürfel gegen Miniatum eingesetzt wurde. Wobei, ja. Mit Geheimpower kommt der Zauberplatz raus. Und Zauberplatz... Zauberplatz trifft ja bekanntlich immer, aber... Und meine Katze ist in meinem Zimmer. Hi, Gary. Nur zur Erklärung, Gary, so heißt meine Katze. Warum Gary? Wegen der... Wegen die Schnecke von Sponspon. Die heißt nämlich auch Gary. Oh nein, ich schalte die Webcam nicht nochmal an. Der Pate war sehr scheiße, wo ich dich gezeigt habe, ne? Das hat sehr viele Zuschauer verstoßt, wie man nur so hässlich sein kann. Wie man nur so eine hässliche Katze haben kann. Und ich tue jetzt meine Katze ganz öffentlich beleidigen. Meine Katze ist scheiße. Okay. Wir haben sie auch fast. Ja, ich glaube, der Superschutz wäre hier perfekt. Ich möchte ja gegen die Tränen hier antreten. Und nicht gegen die Pokémon. Auch wenn ich gesagt habe, vor zwei Minuten, dass ich auch mal gegen wilde Pokémon antreten möchte. Du weißt nicht mehr... Was? Du weißt nicht, wer ich bin. Stimmt. Aber ich kenne dich auch nicht. Lass uns kämpfen. Donner. Epischer Donner. Okay. Was? Ich habe Gandalf gelesen. Gangolf. Eine Gang, die Golf spielt. Okay. Ich bin immer mit meinen Wortspielchen. Ist ja fast nicht mehr lustig. I will. NEN! Alles bloß kein Monschein! Monschein ist scheiße. Na gut, also ich kann die Gelegenheit gleich nutzen und Schmerbe heilen. Erholung. So, ein Nickerchen, ne? Hast du dir verdient? Nach den vielen Kämpfen gegen die ganzen wilden Pokémon. Und meine Katze maunst. Ach Gott. Ich schmeiß dich raus. Ich wette, ihr hört es gerade, das Gemaunste und lacht euch erst den Arsch drüber. Hallo, Katze. Ja, er maunst mich. Ja, ja. Ach wie süß. Nein, nein, du kommst nicht in die Webcam. Haben sie vergessen. Ätzend. Wo wollen wir es mit Toxin schwächen? Weißt du was? Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diesen Monscheintänzer namens Wolbert. So, mach jetzt kurz. Ampelleuchte. Er hat hier eine Ampel aufgestellt, he? Weißt du was? Ich mache das jetzt nur, weil du ständig Monschein einsetzt. Du bist also. Anderfalls würde ich dich verschonen und nicht mit Hitzekolle angreifen, aber du lässt mir keine andere Wahl. Du stirbst jetzt. Ich finde ihn so lustig, diesen, wie heißt der Nachtvolk-Typsi. Der hat da so ein Schädel, der heißt Entler. Und wenn man den angreift, diesen Schädel, dann schreit er Entler. Muss ich mir immer so den Ast ablaufen, wenn ich diesen Schädel angreife. Im vorladen Bewegers. Und du hältst jetzt die Klappe. Du hast dir gar nichts zu sagen, ja? Ich bin hier der Kommentator. Wenn du, wenn du ein Let's Play machen willst, dann kauf dir ein Mikrofon und ein PC, Gary. Und dann, äh, dann schaut ihr so ein Pokémon-Let's Play an. Nur mit dem Monschein. Mäu, Mäu, Mäu. So, trifft man sich. Meine Käfer-Pokémon leisten dir Gesellschaft. Äh, danke aber auch. Ich mag keine Käfer. Käfer sind widerlich. Ja gut, nicht widerlich, sondern eher nervig. Die schwören, also wenn ich mal im, ähm, also wir haben ja so eine, so eine Gartenanlage. Wenn ich mal bei der Gartenanlage bin, da schwören die rum und nerv mich. Die schwören herum, als hätten die kein Leben. Was sie auch haben, wahrscheinlich. Die schwören ständig um mich herum und versuchen, meinen Körper anzutatschen wie solche Perverslinge. Tief im Herzen ist jede Emotiv, beziehungsweise jedes Insekt, eine perverse Sau. So, und Schmerwisch nachtest ein bisschen dieses Wämpel voll. Und, ähm, Schmerwisch, glaube ich, kurz vor der Entwicklung. Ach, so schön. So, machen wir es noch ganz nass. Ein bisschen Käfer waschen. Die Käfer waschen sich ja normalerweise nicht. Oder waschen sich Käfer? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die werden eher durch den Regen gewaschen. So, Schmerwisch, Level 30. Wenn ich richtig vermute, entwickelt es sich gleich. Und jetzt wechsle ich zu... Ähm, wie heißt, wie heißt, wie heißt, wie heißt, wie heißt, wie heißt... Voltenzo, genau. Ab sofort müssen wir unser Neotham und unser Tropius trainieren. Tropius ganz besonders, weil die nächste Arena ist eine Flugarena. Ne, der werden wir schwer haben, unsere Tropius zu trainieren, weil... Ähm, Pflanzen-Pokémon anfällig gegen Flug-Pokémon sind. Donnerblitz. Donnerblitz. So, und Papi nennt es auch ein Flug-Pokémon. Und Flug-Pokémon sind außerdem noch anfällig gegen Donnerblitz. Also gut, das kommt als nächstes. Es kommt... Shaloko. Das uselessestes Pokémon ever. Neben Safcon, Panekon und Carpador. Und Kakuna. Ey, ich meine Kakuna. Im Englisch heißt es ja Kakuna, für die es nicht wissen. Ja, ganz wie ich richtig vermutet habe. Schmepp entwickelt sich Level 30 zu Welser. Hey, Welser. Welser, 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 Welser. So, lernst du eine neue Attacke? Nein, okay. Ich dachte, Welser lernt Erdbeben. Nach der Entwicklung. Naja, aber jetzt haben wir ein schönes, starkes, frisches, trainiertes Welser. Und ich mache mal kurz Pause mal wieder. Der Mimirk-Gezäger wurde von Leuten gegründet. Die Mimirk-Geleben. Der Krampf beginnt sobald wir aufeinandertöften. Was war das für ein Akzent? Keine Ahnung. Mir ist jetzt irgend so ein Akzent eingefallen. Nimiast. Nimiast. Wollen wir Nimiast gegen Nimiast anzurechnen lassen und schauen, welches Pokémon das stärkste ist? Ihr seht, Welser hat auf Level 30 bereits 114 Kp. Was sehr, sehr heftig ist. Ich hoffe, Nimiast kann keine Flugattacke. Nimiast ist ja ein Flug-Pokémon. Flugkäfer. Das kann tödlich sein, wenn es eine Flugattacke beherrscht. Okay, du kriegst jetzt erst einmal Toxin ab. Du kannst deinen Angriff so weiter erhöhen, wie du möchtest. Und mit meinem Niniatom kommst du nicht vorbei. Die Schale meines Niniatoms ist unzerstörbar. Außer mit sehr effektiven Attacken. Harte Schale, weicher Kernseichne. Und jetzt mach ich mal wieder ein bisschen Groll. Du, du kannst meine Verteidigung ruhig weitersenken. Das stört mich nicht. Niniatom hatte eh nur 1 Kp, daher ist es total useless, die Verteidigung von Niniatom zu senken. Und ihr seht, ich glaube, Niniatom ist die Stärke von den beiden Pokémon. Zerschneider, mal zur Abwechslung. Und jetzt geht die zweite Hälfte an. Ich werde allerdings nicht aufs Bild schauen, weil ich jetzt meine volle Energie darauf konzentrieren möchte, diese Let's Play zu kommentieren. Ja, Doppelteam bringt dir gar nichts mehr. Das gibt es ihr auch zu fressen. Hilft es wie Krebs. Er killtig. Je länger du ihn besitzt. Oder? Kommt das zu sagen? Ja, ne? Ich gebe auf. So, ich glaube, das war der Letzte. Kann das sein? War das der Letzte? Hallo? Bist du einer? Hallo? Ey, lass mich doch durch. Renne doch nicht von mir weg. Ich bin... Ich, I'm your friend. I'm not your friend anymore. Okay, hier könnten wir surfen. Mach ich auch. Ich hab das Gefühl, ich hab wieder meinen Tasten in die Tippe. Oh man, ich muss unbedingt meinen PC wieder umstellen. Seitdem ich einen neuen Bildschirm habe, habe ich richtige Probleme, das aufzunehmen, weil mein Mikrofon so klein ist. Du hast mich angesprochen. Also willst du mit mir kämpfen. Ich glaube, im nächsten Part werde ich das umstellen, das Ganze. Sicher, ich will das Pokémon einsetzen, das ich gefangen habe, als ich Surfer einsetzte. Okay, wie heißt der? Ah, was? Abelke. Heißt bitte schon Albelke. Kennt ihr jemanden, der Albelke heißt? Also was lassen sich die Japaner für Namen durch den Kopf geben? Und ich hab mich vertippt. Nein. Na gut, mit Welser kann man auch mit Erholung umgreifen. Warum soll es nicht mangeln? Okay, Welser, äh, Schnarche. Die heftigste Attacke im ganzen Pokémon-Spiel. Platsche. Die gar nichts bewirkt. Das ist in Wirklichkeit eine Planung für den nächsten Angriff, der in 100 Zügen stattführen soll, der das ganze Pokémon-Team des Gegners killt. Das bewirkt der Platsche. Das ist die geheime Power der Platsch-Attacke. Warum sonst? Äh, warum sonst, äh... Platschen Carpador sonst um etwa, weil es nutzlos ist? Nein. Carpador ist eines der mächtigsten Pokémon der Welt. Erst nach seiner Entwicklung zu Garados ist es zu schwach. Carpador ist das perfekte Pokémon. Bestellen Sie noch heute. Kaufen Sie ein Carpador beim Carpador-Händler für 500 Poké-Dollar. Angebot gilt bis zum... Welche Artikel haben wir heute, den 11. September? Bis zum 30. September. Jetzt bestellen auf www.carpador.de. Okay. Ich mache hier wieder zu viel Werbung, aber gut. Also Welser geht gerade richtig ab, wie siehst. Welser ist ein richtig geiles Pokémon. Barschwarz-Pokémon, das sich zu Milutik entwickelt. Kann man hier auch auf diese Route fangen. Aber mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Es taucht nämlich nur auf 6 Feldern auf. Auf diese Route. Und die Felder wechseln sich nach jedem Kampf. Da, ähm... Könnt ihr ruhig berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, einem Barschwar zu begegnen. Also ich habe ein Special wieder gemacht über Barschwar und Milutik. Werde ich hier jetzt verlinken. Ähm, ja. Dann könnt ihr sehen, wie aufwendig ist es, einen Milutik zu bekommen. Also linkiere ich jetzt rechts nebenan. Neben diesen, als Anmerkung natürlich. So Welser, ich glaube, du hast es nicht mehr nötig trainiert zu werden. Ich werde den EP-Teiler jetzt an Ninetom geben. Wenn Ninetom langsam schwach wird. Ich habe keine Ahnung, was verlangt wird, um zu gewinnen. Okay, ähm, EP-Teiler. Welser mal gut trainiert. In den letzten 3-4 Parts. Und jetzt muss Ninetom wieder ein bisschen trainiert werden. Hm, wir haben gar keine Pokémon mehr, die sich hier entwickeln. Den Milutik ist eins. Und ja, das sechste Team-Pokémon wird sich nicht entwickeln. Das ist auch wieder so ein Pokémon, das sich nicht entwickeln kann, wie Tropius oder Ninetom. Nein, ich sollte Ninetom nicht an erster Stelle setzen, weil mir ja Ninetom leicht gekillt werden kann. Ich nehme Tropius, wäre gut. Ich nehme Tropius. Dann kriegt es vielleicht ein bisschen FP-Fleißpunkte, weil wir hier im Dschungel kämpfen. Zink. Weil ich glaube ich Spezialangriff. Ne, Spezialverteidigung. Welches Pokémon wollen wir denn den Spezialverteidigungswert erhöhen? Welches Pokémon wird noch von Spezialattacken angegriffen? Ich... Keine Ahnung. So, hier ist ein Haus. Mal schauen. Ich dachte, fliegen könnte man, indem viele Vogel-Pokémon schwenken, sie zusammenbindet und sich dann dranhängt. Aber es gibt tatsächlich eine VM, die fliegen heißt. Wenn ich das nur eher gewusst hätte. Die werden wir auch bald finden. Dann können wir endlich in andere Städte reisen. Was soll denn das jetzt? Okay. Dieses Haus muss zerstört werden. Wir haben den 11. September. Also würde das völligen Sinn ergeben, wenn wir dieses Haus zerstören würden. Oh, es gibt ein Elfmeter für Deutschland. Ach, wie geil. Ich hasse, wenn da ist. Es soll eine Höhle geben. Die Urzeithöhle. Die Menschen erzählen sich, dass dort die Geister der Pokémon wieder zum Leben erweckt werden. Ob das tatsächlich möglich ist? Uzi wird den Elfmeter schießen. Okay. Und... Er ist drin. Geil. 2-0 für Deutschland. Nach einem Elfmeter. Verlammlich, ich habe vergessen, das Kunstrat mitzunehmen. Naja, das können wir später auch noch machen, wenn wir Fliegen haben. 2 Zitro-Bären. Möchtest du jetzt? Ja. Also die Route ist ziemlich gut gemacht. Eine der besten Routen, die ich kenne. Würde ich sagen. Gefällt mir richtig gut, diese Route. Ein bisschen lang, aber richtig geil, die Route. Richtig geil, die Route gemacht. Hauptevent an die Entwickler. Was kann denn Pokémon Geheimpaar in einem Werk von Gras einsetzen und eine Geheimpaar einrichten? Ja, Hans. Warum? Oh, schau dich nur an. Für einen Abenteuer hast du ein sehr leichtes Gepäck dabei. Was braucht dich jetzt zu interessieren? Ey, siehst du... Ähm, bist du meine Mutter? Nein, also. Du bist nur ein lächeliger Ranger. Du-Floor. Ey, wer kein Giflo hat, der gehört erschossen. Nee, Spaß. Ich hatte selber einen Du-Floor im roten Lettsplayer, also sollte ich mich jetzt in dem Moment erschießen, wo ich das gesagt habe. Oh, Junge, Junge. Nicht immer mit meinen Sprüchen, die nicht ankommen. Was war das denn jetzt? Stache Spor. Stache Spor. Ich hasse Stache Spor und ich hasse Du-Floor. Und Wingals. Und Tentachas. Ich mag alle 696 Pokémon. Nee, ich mag alle 696 Pokémon. Genau. Die anderen drei sind es keine Pokémon. Die anderen drei sind nur Nervensägen. Roselia. Ja, was machen wir denn mit die Roselia? Wir haben mehrere Optionen für dich. Wir können nicht verbrennen. Äh, was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Wir können nicht zerschneiden. Nee, zerschneiden geht nicht. Wir können nicht. Nee, wir giften geht auch nicht. Roselia ist ja ein Gift-Pokémon. Okay, wir können dich nur verbrennen. Einsogut. Verbrennen wir dich einfach mal. Wie eklig. Jetzt auf mit diesen Ekel-Samen. Das ekelt mich an. Und ausgrennen jetzt als Junglud. Ähm, im Streik. Hitzekoller. Hallo. Ciao, Superblatt. Die Attacke soll auch irgendwann unser Tropius erlernen. Enemy Down. Nein. Ach, scheiße. Unser Spazialgriff wurde ja gesenkt. Deswegen hat es jetzt den Hitzekoller überlebt. Das kann nicht sein. Nein. Nein. Du bist der West. Drehst dich auf den Mond. Und 3-0 für Deutschland. Nein. Abseits. Schade. Ja, berechtigtes Abseits. Kann man nichts dagegen sagen. Und tschüss, Rosalia. Das hat mich lang genug genervt. Haben die Lore. Und viele passieren immer dann, wenn du nicht damit rechnest. So, hier ist eine ganz große Burke. Die gleich zusammenstürzen wird. Wenn du jetzt Zeichentricks-Serie oder Anime-Serie anschaut und da gehen die Protagonisten immer über so eine Treppe, dann ist es immer der Fall, dass die Treppe irgendwann einstürzt. Das ist immer der Fall. Das ist so eine Regel. Wer besitzt das Wissen und die Technik, um zu überleben? Das sind die Pokémon Ranger. Interessiert mich nicht. Wer ist der Eckbärt? Okay, bringen wir Eckbärt um die Ecke. Ach, ich... Wir sollen endlich eine Flugattacke können. Unser 6. Team-Pokémon wird übrigens eine Flugattacke beherrschen. Kann ich schon mal her sagen. Welche Flugattacke es ist? Das ist eine TM. Und die werden wir bekommen, wenn wir den nächsten Arena-Leiter besiegt haben. Oh Gott, ich kann gar nicht mehr gescheit reden. Naja gut, ich nehme auch schon fast eine Stunde insgesamt auf. Ich habe heute auch noch den Splinter Cell Part fertig gedreht. Ich werde ihn über Nacht rendern und dann könnt ihr ihn morgen sehen. Der dauert 50 Minuten. Ziemlich lang eigentlich, ne? Ein halber Film lang. Nur für ein Level. Krass, oder? Krass, oder? Okay, vergiften wir dich einfach nochmal. Kannst ja eh nicht angreifen. Toxin. So, hier. Hast du hier verdient, weil du Top-Genesung eingesetzt hast. Und Tor für Österreich. 2-2-1. Na, ich gönne es den Österreichern, weil die in der ersten Hälfte klar überlegen waren. Also die haben schon das Tor redlich verdient, muss ich schon sagen, auch als Deutscher. Aber Deutschland wird gewinnen. Das Spiel dauert noch 57. Minute, dann könnt ihr euch ja denken, wie lange das Spiel noch dauern wird. So, endlich haben wir Kapits erledigt. So, endlich haben wir Kapits erledigt. Oh Gott. Das hat er schon in einem halben Part lang. Ne, okay. Ist ein bisschen übertrieben. Mit dem ganzen Fahrrad aufgehalten. Ich besitze nicht genügend Wissen über Pokémon. Warum bist du da ein Pokémon Ranger? Meine Güte. Du minst dich Experte. Hier ist noch ein Trainer. Ich erledige noch alle Trainer, die wir vor dem Klima-Institut noch treffen. Und am Ende den Part. Ich zeige dir meine wahre Stärke. Die, was? Ich zeige dir meine wahre Stärke und die meiner Vogel-Pokémon. Achso. Eine Herausforderung von... Was? Henry. Henry Moske. Ein Boxer. Für die hieß nicht Wissen. Sonst kenne ich gar keinen Henry. Stampfer. Oder Henry Moske ist doch ein... Ist doch ein Spitzname, oder? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Hab den Namen irgendwo mal gehört. Und beim Boxen ist doch einmal zu hören. Hab ich den einmal zum Hören bekommen. Und ich schau grad ein bisschen... Die Spielwahl Deutschland ist ganz nah am österreichischen Tor. Und vermaßelt den Angriff. Ah ne, drei Pokémon und ein Wingal. Ich hasse dich Wingal. Rang single plant. Ich wünsche dir... Ich wünsche jedem Wingal den Tod. Ja. Hier. Geh zum Friseur. Hopi, das ist unsere neue Friseure. Die wir damals im Team Rocket Let's Play hatten. Die er am Ende des Let's Plays glaube ich Level 80 hatte. Unser kleines Sand Semia. Das wir damals mit einem Knopfenser... Ne, UltraGalier war es, oder? Ja, wir haben es mit einem UltraGalier damals gefangen. Stimmt, da habe ich zufällig auch Fußball angeschaut. Aber da war Fußball-EM. Welche spät damals lief, weiß ich nicht mehr. Das ist der Grund, warum ich Wingals hasse. Super Schall und Flügelschlag. Krepier. So. Was kommt jetzt? Schwalboss. Na gut, freut mich, dass endlich mal ein scheites Vogelpokémon auftaucht. Die werden wir in den nächsten Parts häufiger sehen, wenn wir in der Flugarena sind. Doppelteam. Doppelteam bringt nichts. Vortenzos Schockwelle trifft immer. Also, was soll das? Schockwelle. Komm jetzt kannst du so auf Doppelteam einsetzen, wie du möchtest. Es hat keinen Sinn dahinter. Und Level 29 für Ninjatum. Uns fehlt es an Potenzial. Das sieht man. Okay. Hier ist ein Item. Und hier kommen wir mit einem Eilradhof. Hypertrank gefunden. Oh Gott, die Route kann noch zu lange kommen. Naja. Springen wir schnell hinter uns, ne? Ich habe ja genügend Zeit. Genau, genügend mit U. Genugend. Wie viele Trainer sind es noch? Hier. Wenn du nicht auf deine Säckung aufpasst, kommt der Schmerz zu dir. Wirklich? Dann bereiten wir dir mal Schmerzen vor. Dann wird es zeigen, dass du zum Schmerz hinkommst. Ne? Mein kleiner Ninja-Junge. Mit einem Ninn-Kader. Neben Kader, äh, ist normal schwach gegen Rasierplatz. Aber immer noch zu schwach für einen Rasierplatz, weil unser Tropius zu stark ist. Und Smoggan. Smoggan. Was machen wir denn mit dir, hm? Was mache ich denn mit dir? Du kannst einen Smoggangriff machen, der meine Pokémon vergiften kann. Aber ich setze Wälzer ein, weil Wälzer sich eh jederzeit mit Erholung wieder das Gift heilen kann. Oh, wir fangen jetzt langsam an. Also, mein Deutsch wird langsam richtig schwierig. Mir gehen langsam die Wörter wieder aus. Wie vor ein paar Parts. Ebenfalls. Ihr seht, mir gehen langsam die Wörter aus. Ich freue mich schon auf das Blau-Let's-Play. Ich freue mich schon, wie ich es damit kommentieren will. Wahrscheinlich dann beim Champion. Oh, der Champion, der hat sein Drago an... Ähm, 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 so werde ich das kommentieren dann wahrscheinlich. Weil ihm mir keine Wörter mehr einfallen. So, Acker-Knarre. Beim Rot-Lit-Play, das war ja, das war ja total schlecht. Das habe ich ja nur gemacht, ähm, um zu schauen, ähm, wie sich das dann anhört. Und, äh, mein Stimme war total am Arsch. Nach dem Rot-Lit-Play am Speed, am, am Stück. Das war eine Katastrophe. Das war eine Katastrophe. Oh, die Zornklinge. Das bringt dir doch nichts. Unser Wälzer ist zu stark für eine Zornklinge. Bring uns hinter uns. Ich will endlich zum Park wenden. Und Fußball fertig schauen. Ciao, Ninjas. Es scheint am Schluss noch sehr spannend zu werden. Weil Österreich noch die Chance auf ein Ausgläuert hat. Du bist überraschend gut. Das habe ich schon von vielen Trainern gehört, die ich geschlagen habe. Aber nett, dass du es nicht sagst. So. Es gibt ja Leute, die sagen, ey, du hast voll gecheated. Leider auch viel zu, ähm, es gibt heute viel zu viele Leute, die sagen, ey, du hast voll gecheated, du bist voll du Huso. Also, als Leute, ähm, sie sagen, hey, du hast gewonnen, du bist besser, du hast blutsgemacht. Dann nächstes Mal gewinne ich, also, ja, ist leider so. Kann nichts dagegen machen. Okay, äh, hier ist der letzte Trainer in diesem Part. Die Weiten des Himmels verstrahlen die Aura. Unausgesprochen der Versprechen ab. Nichts ist vergleichbar mit der absoluten Glück des Fliegens. Let's bring it hinter uns. Enrico, da kenne ich tatsächlich, ähm, den Namen kenne ich tatsächlich, will ich damit sagen. Ich will nicht sagen, dass ich tatsächlich Leute kenne, das wollte ich nämlich gerade sagen, aber ich will euch nicht anlügen. Ich bin ja gern lüblich, ich sage immer die Wahrheit in meinen LPs. Meistens. Ich glaube, es gab sogar ein paar Parts, da habe ich euch ein bisschen angelogen. Auch wenn ich es nicht so gern zugebe, aber es stimmt. Und ich mache Pause. So, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Es gibt Essen. Ja, okay, das war's schon. Okay, dann stelle ich mich jetzt vor das Klimainstitut. Und sage, bis zum nächsten Part, Leute. Ich hoffe, Deutschland gewinnt dieses Spielchen noch. Also, drückt Deutschland die Daumen. Ja gut, äh, wenn... Wenn ihr den Part seht, ist das Spiel wahrscheinlich fertig, aber egal. Okay, dann bis zum nächsten Part. Klimainstitut im nächsten Part. Ciao. Donner zum Abschluss. Ja gut, also dummy klinge, ja gut. Ja gut, lieber das Film church. Ja gut, aber gleich. Junk.